Und jetzt die Modetrends aus Mailand. Auf der Mailander Modewoche steht die Runway-Show des italienischen Traditionslabels Bottega Veneta auf dem Schauenplan. Gezeigt werden Designs aus der aktuellen Kollektion der Saison Frühjahr-Sommer 2015. Das für seine von Understatement geprägte Luxus-Mode bekannte Label präsentiert von Saison zu Saison feminine Must-Haves ohne lauten Knall. Zeitlos klassischen Designs verhilft der deutsche Chefdesigner Thomas Mayer durch subtile Akzente wie Knotungen und ausladende Krägen zu modernem Schick. Feminine Pastellfarben stehen im Kontrast zum minimalistischen Oversize-Schnitt. Schwarze Kleider mit weißen Einsätzen an Hals, Ärmel und Taschenbund sind der perfekte Begleiter für einen modischen Stadtspaziergang. Den Frühlingsabend verbringt die Bottega Veneta-Frau in einer exklusiven Denimrobe mit schimmernden schwarzen Streifendetails oder romantischen Blütenapplikationen. Den Dandy-Look bedient der glitzernde Lamee-Polunder über einer sanftgelben Herrenbluse. Sommerkleider in süßem Vichy-Muster entzücken mit kleinem Hemdkragen und verspielten Voulons. Die zarten Grautöne seiner Designs akzentuiert Thomas Mayer mit frühlingshaften Blumendetails. Der deutsche Designer schneidert Kleidung für all jene, die sich nicht mit Marken schmücken wollen, sondern den reduzierten Luxus lieben. Bottega Veneta steckt bewusst sein Label in die Innenseite der Teile, um das Augenmerk ganz auf dem Design und der Qualität zu halten. Understatement at its best.